Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von meAppleCat. Heute sprechen wir über Cancel Update. Das ist ein kostenloser Studio-Trik aus der BigBoss Repo und mit diesem Trick könnt ihr App-Updates unterbrechen, während sie noch laufen, so dass sie nicht durchgeführt werden. Das kann eine ganz nützliche Sache sein und wie es genau funktioniert, zeige ich euch mal. Ich habe hier ein Update aktuell erhältlich im App Store, das werde ich mal durchführen und dadurch, dass ich dann die Apps in diesen Wackelmodus bringe, indem man dann auch die Apps löschen kann normalerweise, kann man dann auch das Update abbrechen. Aber das werdet ihr gleich genau sehen. Ihr seht, ich habe hier eine App, drücke hier mal auf Update, dann springe ich auf den Home Screen, suche mir die App heraus. Wir warten kurz, bis das Update gestartet ist und dann werdet ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, der Trick ist kostenlos erhältlich in der BigBoss Repo und kann wirklich eine nützliche Sache sein. So, ihr seht, das Update ist gestartet. Ich versetze das Ganze in Wiggle Mode, tippe hier oben auf das X und hier steht jetzt Cancel Update und ich sage einfach Ja und das Update wird abgebrochen. Und wenn ich jetzt mal zurück in den App Store gehe, dann sollte das Update uns auch wieder angezeigt werden. Und so funktioniert das Ganze. Cancel Update, kostenlos erhältlich in der BigBoss Repo. Und das wär's dann für heute, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es was Neues gibt, hier bei MiAppleCat. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zusehen und vergesst nicht zu abonnieren. Die Katze hat gesprochen. MiAppleCat. Rauw!